Sei gegrüßt Brawl Stars Gamer! Ich zeige dir, wie du deine Lieblings-Creator unterstützen kannst. So gibst du den Code bei Brawl Stars ein. Los geht's! Um den Code deines Lieblings-Creators einzugeben, öffne zunächst dein Brawl Stars Game. Danach drückst du oben links auf das Shop-Symbol, um in den Shop zu gelangen. Ganz am Ende, egal ob du nun nach rechts oder nach unten wischen musst, wirst du den Creator Code Boost finden. Drücke auf Code eingeben, danach kannst du in das Feld deinen Creator eingeben, um diesen zu unterstützen. Drücke anschließend auf Fertig. Du kannst anschließend zwischen deinen Käufen auch noch den Creator Code wechseln. Drück dazu einfach auf Wechseln und gebe einen neuen Namen ein. So einfach kannst du deine Creator unterstützen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das auch ganz einfach und kostenlos durch ein Like, lieben Kommentar oder auch Abo machen. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal, deine Test Venture Crew.